Ja, da würde ich das als Praxisbeispiel genau dieses als Führungskraft neu in ein Unternehmen kommen oder ein neues Team übernehmen. Es passt für mich absolut perfekt dieses aktive Zuhören hinein, weil wir nehmen zwei Situationen. Ich komme als neue Führungskraft in ein Team oder in ein Unternehmen und wie du es jetzt sehr schön am Ende gesagt hast, ich komme rein und das Einzige, was ich mache, ist erstmal allen einen Monolog halten mit, so stelle ich mir vor, so muss gearbeitet werden, das sind meine Ziele, da will ich hin, so soll kommuniziert werden mit mir, so soll jeder aussehen, die Stimmung sollen die Leute haben, das sollen sie fühlen etc. Oder Situation 2, ich komme rein und ich gehe einfach zu allen sozusagen, zu allen unter Anführungsstrichen hin und sage, erzähl mir was über dich und deine Rolle im Team. Erzähl mir was über dein altes Team. Erzähl mir was, wie du findest, dass das Team in das Unternehmen passt. Wo siehst du Probleme? Wo siehst du Verbesserungsbedarf in Prozessen? Und da sind diese zwei Unterschiede mit quasi Kommunikation. Das eine ist ein Monolog halten und allen aufdrücken, was man als Führungskraft möchte und das andere ist, das sagst du glaube ich auch jedes Mal mit Informationen einholen. Das erste ist Schritt zurück, detach, Blick nach oben, nach außen und erstmal Informationen einholen. Wie soll ich denn sonst Entscheidungen treffen oder diese Stellschrauben halt ändern, wenn ich nicht weiß, was passiert. Also das ist auch so ein, wieder so eine Mindset und Führungsverständnisgeschichte, dass ich da reinkomme und nein, ich bin ja Führungskraft, ich muss alles wissen. Und nein, es ist zuhören, zuhören, zuhören. Und nein, es ist zuhören.